Jo, herzlich willkommen zurück zu Nifrospeak Porsche und ähm, ja, 9.11 Uhr ohne Torbohne. Ich müsste jetzt eigentlich ja den hier fahren können. Nehme ich an. Das wäre zumindest ganz nett. Schauen wir mal. Neh. Ich bleibe mir nur noch der, ja, der Zwei-Vierer nach wie vor hier. Kurs, was auskusten lässt sich da ja nicht weiter, oder? Nö. Ja gut, dann äh, Schreiben wir doch mit dem voran hier. Und äh, ja. Oh. Drei, zwei, eins, los! Wollen wir mal sehen, was wir hier abziehen hier. Oh, ist doch schön mit einem richtigen Seitenverhältnis hier. Oh, äh, weih, weih, weih. Oh, weih, 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 weih. Was ist das denn? Der auch noch. So, wie ich hier nach vorne komme jetzt. Das ist hier jetzt nicht ganz so easy. Ja, rennen dann im Hintergrund das bei Wem hier mit dem YFX Leitverfahren scheinbar so eine gute Idee. Bitte nicht Hafen. Na komm, lass mich vorbei und dann habe ich wenigstens schon mal den zweiten Platz hier. Oh, das gibt es ja gar nicht. Mensch, Junge. Klein leichtes Spiel hier. Ja. 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 Fängt man in der Schwierigkeitsgrad langsam anzuziehen, ja was. Da muss ich mal gucken. Du bist auf dem zweiten Platz. Aber immerhin. Kommt mir irgendwie merkwürdig vor. Eigentlich müsste ich da einen anderen, besseren Wagen fahren können. Mir war so. Das kommt mir komisch vor. Ganz im Ernst. Ich habe ja dasselbe, was der da eben auch gefahren ist, ne. Mit diesem Ducktail da. So einen speziellen Gebrauchtwagen vielleicht. Auch nicht wirklich, ne. Also der Schwierigkeitsgrad ist definitiv so gedacht. Steht hier noch irgendwas? Ah ok, das ist fortgeschritten. Was auch immer das sonst davor die ganze Zeit war. Na gut. Schwarzwald. Probieren wir das nochmal. Wenn man weiter vorne starten darf. Dann kann man damit nur bieten. Start da auch gleich den ersten Platz erstmal killen. Ja. Ja, dann fährt doch diesen RS. Ich habe das erfahren dem, den ich da gewonnen habe. Also ich den hier nicht fahren darf. Das ist alleine das. Ich sehe es doch an seinen Rückläuten. An seinem Heck. Dass er diesen RS 27 da fährt. Kommt mir komisch vor. Ich glaube das ist ein Fehler im Spiel. Weshalb ich es hier nicht so leicht habe. Na gut. Das solls. Okay. Ich bin der Später Triggis-Jährle. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, oh, oh. Dann fahren wir die Wildsau, ja, bringt mir nix. Keine Chance gegen den RS 2,7 Liter. Klingt nix. Hm. Du bist auf dem zweiten Platz. Das ist ärgerlich. Das dürfte nämlich eigentlich nicht sein hier. Jetzt probieren wir doch mal was. Ähm. Da ist er. Ich kauf den jetzt einfach mal. Und dann wollen wir mal gucken, ob ich den fahren darf oder nicht. Vergaser, Schwimmscheibe, was ist trotzdem klappen. Gehäuse. So. Weil wir alles ran hier. Notfalls kann ich den Gewinn halt später verkaufen, ne. Wenn das jetzt tatsächlich ein Bug ist. Weil das ist ja an und für sich der selbe Wagen. Kann ja nicht sein. Ne. Das nimmt sich eigentlich nichts drin. Einen, den hab ich halt gewonnen im Werksfahrer. Und den hab ich jetzt gekauft, ne. So. Jetzt müssen wir uns den Standard-Rods verkaufen hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den fahren kann. Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Das ist doch ein schlechter Scherz. Das ist unfair. Und zwar absolut. Drei. Zwei. Eins. Los. Der, das war Hu weapons. Ich meine, man könnte später noch den Boxster Forsa auch gewinnen. Gärtsfahrer, ihn auch hier-fahren, dann, oder dass ich da so einen Nичес-Gack machen musste. Was soll's? Das ist tatsächlich mal ein Bug, der mir früher nie aufgefallen ist und jetzt zum ersten Mal irgendwie mehr auffällt. Das ist natürlich jetzt ungünstig im Let's Play, weil das meine Finanzen jetzt ein bisschen... Und vor allen Dingen, weil ich dieses Turnier nicht mit dem ersten Platz mehr gewinnen kann, ne? Weil mir jetzt die Punkte wahrscheinlich fehlen nachher. Ja, aber schauen wir mal. Das war's für heute. Was ärgert mich jetzt? Meinen finanziellen Verlust habe ich ja nicht gemacht, konnte einfach nicht fahren, also ich hatte ein Geschenk bekommen, oder? Aber... Ich hätte dieses Tournee auf jeden Fall besser fahren können, oder? So, wie sieht es denn aus? Du hast das Rennen gewonnen! Glückwunsch, du bist Zweiter im Turnier! Jetzt kannst du mit dem nächsten Turnier fortfahren! Du hast die Bestzeit für diese Strecke erreicht! Aber gut, es sah jetzt so aus, als hätte ich... Ja, habe ich ein bisschen weniger Geld dadurch verdient jetzt, ne? Und, ähm, ja... Hm... Das ist jetzt ein wenig doof... Können wir jetzt nochmal schauen, ich mache nochmal eine Runde Werksfahrer... Ja, das war der anlogger, dann treten wir wieder... Und, ähm, fast auf... Ah, ich glaub, der Schwan, was da kommt... Das dürfte ich eigentlich noch ganz gut drauf haben! Schauen wir mal. Das dürfte kein Problem sein. 3, 2, 1, los! Schön 3DFX-Effekt hier auf der Mattscheibe. Mal richtig was unter die Haube hier. Gucken wir das gleich beim ersten Mal schaffen. Ich wollte schon gerade sagen, im Tunnelheben davor, das kann doch nicht sein, da passt er oder was nicht. Ich werde mich das Spiel verarschen. Oh, 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 oh. Jo, aber geschafft. Nicht ganz sauber, aber in der Zeitfarbe. Jetzt gucken wir uns noch an und dann beende ich diese Folge hier mit. Ahem. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020